Hi, wie schön, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt's mal eine kurze, aber nicht weniger interessante Folge für dich. Hast du schon mal, wenn du in der Stadt unterwegs warst, goldene Steine auf dem Gehweg gesehen? Keine Steine, die da so liegen und man aufheben könnte, sondern im Boden verlegte. Meist sieht man sie schon von Weitem und das ist extra so. Diese Steine nennt man Stolpersteine. Woher der Name kommt? Wirklich mit den Füßen drüber stolpern soll man nämlich hier natürlich nicht, aber mit den Augen. Durch ihre besondere Farbe fallen sie uns direkt ins Auge und lassen uns so darüber stolpern. Wenn du dir so einen Stolperstein schon mal genauer angesehen hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass dort auch etwas draufsteht. Meist ist dort ein Name eingraviert, ein Datum und eine kurze Erklärung. Aber was waren das für besondere Menschen, dass sie einen eigenen, besonderen Stein bekommen, der uns heute an sie erinnern soll? Meistens handelt es sich hierbei um Menschen, die, als sie gelebt haben, schlimme Dinge erfahren mussten. Meist waren es so Menschen wie du und ich heute. Doch in der Zeit des Zweiten Krieges, zwischen 1933 und 1945, mussten viele Menschen Angst um ihr Leben haben. Diese Steine werden dort platziert, wo diese Menschen gewohnt, gelebt oder gearbeitet haben. Also hat auch der Platz der Stolpersteine immer eine besondere Bedeutung. Den ersten Stolperstein gab es übrigens im Jahr 1993, also noch gar nicht so lange her. Die Idee dazu hatte der Künstler Gunther Demnig. Zuletzt wurden die Steine in Deutschland Anfang des Jahres 2020 gezählt. Damals waren es über 75.000. So viele! Die Stadt mit den meisten Stolpersteinen ist unsere Hauptstadt Berlin. Hier gibt es allein über 9.200. Vielleicht achtest du ja bei deinem nächsten Spaziergang mal besonders auf den Gehweg. Es gibt bestimmt auch bei dir in der Stadt diese Stolpersteine zu finden. Falls du auch eine Frage hast, schreib mir gerne eine Mail an kinderfrage at gmail.com Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Bleib neugierig! Deine Christina Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020